Die 6. Flotte räumt auf. Zeit einzuschreiten. Lange Geschichte dieses Gebäude. Das meiste ziemlich hässlich. Erst ein Schloss mit richtigem Kerker sollte jeder Belagerung standhalten. Es überstand jeden brutalen Winter. Die Besetzer hatten nicht so viel Glück. Das Kloster hat die Zeiten nicht überlebt. Im letzten Jahrhundert waren hier alle, die die Regierung nicht wollte, aber auch nicht ausschalten konnte. Unzählige lebende Opfer des letzten Krieges, von dem ich echt dachte, wir hätten ihn gewonnen. Aber es ist wohl wie beim Pferderennen. Wer auf das falsche Pferd setzt, hat Pech gehabt. 30 Sekunden. Rolles 2-1. Hier Jester 1-1. 2F-15 sind unterwegs. Wir haben es für den Abschnitt. Bereit halten für Angriff. Over. Bestätigt, Jester. Ausschalten. Ziederfassung. Pops 3. Pops 3. Guter Abschuss. Guter Abschuss. Rolles 2-1. Sie haben freie Bahn. Viel Glück. Ende. Rolles 2-1 verstanden. 2-2. Alles verstanden. 2-3. Bestätigt. 2. Greift an. Verstanden. Be Schuss. 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 2-2. 2-1. Ziel getroffen. Alle Scharfschützen. Hier mit Thermisch. Bereit halten. Stabilisieren. An alle Scharfschützen. Angriffsfreigabe. Nach rechts. Position wechseln. Stabilisieren. Bereit. Inflisieren. Nach rechts. Position wechseln. Wir Feinde auf dem nächsten Turm. Die Jäger soll sofort das Feuer einstellen. Das war zu nah. Ich verschaffe Ihnen etwas Zeit. Ein Mann in einem Gulag bedeutet, der Nöbi im Moment nicht zählt. Ich dachte, das wären die Kursen. Flüster mit Kursen. Ruhig bleiben. Zweite Welle Lohn. Bereit halten. Drei Meter. 2-1. Lottel beim Ziel. Team 1 abgesetzt. Los, los, los. 5-3 geht in Beobachtungsposition. Der Scharfschützenunterstützung over. 5-3. Hier 2-1. Alles bestätigt. Knappschuh. Damit einer auf dem Weg und nicht zu drühen abhauen. Unter mich. 3-1 in Feuerposition. Verstanden, 3-1. Ziel im ersten Stutt wird markiert. 3-1 bestätigt. Sechs Ziele nähern sich schnell. Klappschützen. Ziel auf zur Ruhe. Kann ich feuern. Ziele unter dem Stacheldraht hinter der flachen Mauer. Ziele unter dem Stacheldraht hinter der Flachen. 2-1. Ziele unter dem Stacheldraht hinter der Flachen. Ziele unter dem Stacheldraht hinter der Flachen. Ziele unter dem Stacheldraht hinter der Flachen. Verstanden, 3-1. Ziel neutralisiert. Start. Kontakt auf 5 Uhr. Roger. Zielermassung. Rauch. Ziel 2 Uhr. Ziel erledigt. Brauch Deckung. Verstanden, 3-1. Ziel 2 Uhr. Ziele unter dem Stacheldraht. Ziele unter dem Stacheldraht. Ziele unter dem Stacheldraht. Sie unter dem Stacheldraht. Ziele unter dem Stacheldraht. Ziele unter dem Stacheldraht. Was ist der Kontrolldruck? Wie empfangen wir uns? Ich bin in das System und suche das dem Gefangenen. Es wird eine Weile dauern. Verstanden. Roach, wir übernehmen die Zeh. Mir nach. Bei dieser Fasselistenkarte in Vorhungsverläger. Die Münchner sind in den Flügel. Fälle gesichert. Okay, ich bin drin. Ich verfolge Ihren Fortschritt auf den Überwachungskameras. Verstanden. Ist die Position vom Gefangenen auf dem Sieben bekannt? Negativ. Aber da ist ein Scheinwerfer auf Ihrem Stockwerk. Das sollte es einfacher machen. Roach, aufpassen. Der Gefangene ist vielleicht in einer dieser Fälle. Ghost, hier ist eine Sicherheitstür. Erschneid. Bin dabei. Der Hardware ist uhr alt. Sie preschen aus der Deckung. Das war die falsche Tür. Verstanden. Bereit halten. Geschafft. Schon besser. Los. Vorwärts. Ziel auf 10 Uhr. Roger. Er war sie viel. Gut. Ziel auf 10 Uhr. Zelle 4D ist gesichert. Die Zelle ist gesichert. Bewegung. Streiten Sie mit mir, Ghost. Die Zellen sind leer. Ich habe sie. Gefangener 6 Schweißen wurde in den Ostflügel verlegt. Wir müssen durch die Waffenkammer im Zentrum. Das ist der schnellste Weg. Roger. Die Zelle ist wieder vor. Truppen. Uns an die Waffenkammer. Bewegung. Brauch Deckung. Sehen Sie etwas Schönes? Schlechte Nachrichten. Ich sehe drei, drei, vier feindliche Truppen, die sich ihrer Position nähern. Wir sind hier zu umgeschöpft. Los. Tür auf. Verdammt. Sie haben sie total verriegelt. Ich muss einen anderen Weg nehmen. Sie sind schon da. Sie haben sie total verriegelt. Ditten im Zentrum. Vorsicht! Es kommen noch mehr Ziele zu Ihnen! Vorsicht! Es kommen noch mehr Ziele zu Ihnen! Vorsicht! Es kommen noch mehr Ziele zu Ihnen! Es kommen noch mehr Ziele zu Ihnen!